Ne, ne, ist mir zu riskant. Ich halte mein Schild irgendwie hoch, so ein bisschen vors Gesicht, weil ich auch wenig sehe und dreite an denen vorbei. Ich würfe mal auf die Rachtsucht und dann packe ich mir die Säcke hinterher. Wir kriegen dich! Er kriegt sie! Wird Zeit, dass du noch ein paar neue Räume schlachtest. Richtig, wie gesagt, Rachtsucht ist gelungen, das werden wir sehen! Euch hole ich mir! Und dann reite ich in die buchstäbliche Nacht mittlerweile. Ja, nach dem Rennen könnt ihr wieder in der Arena ankommen, seid selbstverständlich nicht Erster geworden. Auf dem Weg könntet ihr noch Sirium Grimma kennen. Der geht dann den Rest des Weges zu Fuß, hat wohl auch ein paar Schürfwunden und ein blutiges Bein, ist wohl gestürzt aus der Luft, muss ein Streitwagen, das wisst ihr nicht, geht dann weiter. Gut, ihr erreicht die Arena. Wie geht's weiter? Wir ziehen erst einmal, sehe sich es gehört, winkend und lachen über die Ziellinie. Viele Leute fahren jetzt eigentlich vor uns, also die Amazone, die Grüne Ritter, wir sind Dritter geworden, oder? Richtig, Lutisana ist raus, Dunkelsteins sind raus. Wieso ist Lutisana so weitergefahren? Okay, dann sind wir hier drin. Ja, das habe ich vergessen. Ja, vierter, schade. Die Dunkelsteiner mussten abbrechen, Lutisana und, ich muss gerade gucken, Amazon und Grüne Ritter. Grüne Ritter 1, Amazone 2, Lutisana 3. Udelbert, bist du weiter hier retten, oder? Der konnte nicht. Udelbert hatte keine Zügel mehr, der kann die Wagen nicht kontrollieren, der hat einfach das Rennen abbrechen müssen, genauso wie die Dunkelsteine. Haben wir uns damit für das Finale qualifiziert? Ihr könnt sowieso weiter reiten. Dann ist ja gut. Also, wer noch einen Streitwagen hat, der funktioniert, der kann am vierten Tage weitermachen. Das heißt, die Dunkelsteine sind raus. Wenn die neuen Wagen sich organisieren und neue Pferde, können die auch weitermachen. Ja, ihr reitet dann gemächlich einen Schritt auf der Ziellinie ein. Niemand, der euch treibt, niemand hinter euch, niemand vor euch, könnt ihr noch einen verlassenen Streitwagen erkennen, der da, die Pferde werden gerade von irgendeinem Bediensteten, werden da gerade, ähm, naja, versorgt, abgestriegelt, wieder sauber gemacht. Natürlich ganz viel Dreck, der da hochgespritzt ist. Und ihr kommt zum Stehen. Nun, im Moment sind wir ins Ziel gekommen. Das kann man von einigen anderen ja nicht sagen. Äh, steht dort noch irgendwas an? Ich denke, das ist es endgültig gewesen. Und ich muss mich jetzt auch, ich blick mal am Pferd hinunter, ich muss mich jetzt auch zurückziehen und mich bekümmern. Ich auch. Bis später. Sonst habe ich mir Hermene raus. Wir sind inzwischen ganz gemütlich drücke, spaziert zur Arena, weil wir sind da nicht mitgeritten. Ja. Und es kommt auch mal im Laufe des, im Laufe des Zeitbugs, um mal an halt im Stadion. Ah, um, Irodin. Wie da habt ihr es ja doch geschafft. Welchen Platz habt ihr erreicht? Und den, ich blick nochmal, ich blick nochmal hinter mir. Ich versuche mal vorzustellen, wie wir gekommen sind. Ich sehe Sirion Grimm, wie er hinten um die Ecke marschiert. Den vierten, denke ich. Oh, wunderbar. Wunderbar. Nun, ich werde mir mal gestern meine Lausgneider schnappen müssen. Wir müssen uns um das hier bekümmern. Und wenn ihr einen Gräumen seht, geht ihn aus dem Weg. Ich fürchte, dass du sie nicht vermeiden lassen. Sie wissen es müssen, wo wir wohnen. Wo wir wohnen, wo ihr wohnt, wissen sie nicht. Und ich fürchte, die Auswahl an Tavernen ist nicht allzu groß in dieser Stadt. Also, als würde ich vorsehen. Natürlich. In dem Hotel, wo ihr nächtigt. Ihr versteht schon. Ich werde mir bemerkt, seinen Hinterausgang zu verwenden. Ich gucke mich mal nach der Einschreiberrolle um. Was als nächstes steht. Es steht da unten ein Wettbewerb heute an? Nein, heute nicht. Wir haben es ja mittlerweile dann auch tief in der Nacht. Beziehungsweise sowas wie Nacht gibt es hier ja nicht. Sondern nur noch diese verschiedenen Stunden, die dann eingeteilt werden. Es ist sowieso mal dunkel. Heute steht nichts mehr an. Am nächsten Tage steht dann Schwert und Schild an. Messer werfen, noch einmal Schwert und Schild und dann der Kampf zu zwei Waffen. Ömer zieht ins schwarz und rot um mit seinen Sachen. Ja, mittlerweile hast du ja achten, da tut Garten. Alles klar. Kannst du machen. Und lässt du die anderen dann... Ja, ich sag dem Wirt, der soll bitte, wenn die anderen vorbeikommen, die auch mit uns auf dem Zimmer sind, denen sagen, dass sie sich ins schwarz und rot umgezogen werden. Schwarz und rot, gehe ich ihm erstmal in den Stall. Nehmen wir Armeenelaus mit und wir versorgen das Pferd. Ich pfeile vorsichtig raus, die Wunden dann bin ich aufgebunden irgendwo. Ich weiß nicht, was wir kriegen können. Irgendwie desinfizieren und dann wird das schon. Ich weiß nicht, ob man dafür heilkunde Wunden wirft. Wird wohl irgendwie gelingen. Ihr könnt euch zumindest dann um das Pferd kümmern. Das soll schon so passen. Gut, dann lasse ich eine Nachricht an Belch-Rascha hier. Was ich doch gerne mit dir zu Abend essen möchte und die Ergebnisse des Tages besprechen. Und dann geht's an die Akademie. Denn ich habe Einkäufe zu tätigen. Diese Nacht? Die werden bestimmt keinen Tag- und Nachtrhythmus hier haben. Du kannst wahrscheinlich immer hin. Ich wollte nur gerade sagen. Du musst wahrscheinlich sowieso einen Termin machen. Also ich würde wahrscheinlich hingehen. Entweder sagen die mir, machen sie einen Termin. Oder die kriegen halt meine Anforderungen schon mal. Und dann werden die sowieso irgendwie ein paar Stunden erstmal arbeiten müssen. Genau, gut. Okay. Ich wollte nur wissen, ob du jetzt erstmal schlafen gehen wolltest. Denn wenn du dich dann in Richtung deines eigenen Zimmers bequemst, dann erschöpft auf deinem Bett niedersingst, kannst du erkennen, dass da wohl trotz geschlossener Tür ein kleiner Zettel auf dem Bett liegt. Mhm. Ich schaue mich erst in allen Ecken und Räumen um, wo ich diesen Zettel in die Hand nehme und den aufschlage. Alle anderen können regenerieren. Und ihr könnt euch dann meinetwegen am nächsten Tage wieder zusammenfinden, wenn ihr das denn machen wollt. Ich vermute einfach, ihr werdet euch einfach einen Treffpunkt an der Arena, vor der Arena organisieren. Plus wie viel ist die Generation im schwarzen Rot? Plus drei. Das ist, was ich hören wollte. Meine wurde ja gestern schon gewürfelt. Richtig. Gut, der nächste Tag. Kann ich meine Einkäufe als getätigt betrachten? Ja, kannst du machen. Erzähl mal bitte, was du gekauft hast. Was hast du dir dafür Artefakte geben lassen? Ich habe drei magische Artefakte in Auftrag gegeben. Zum einen eines, das einen Guardianum produzieren kann auf Zuruf. Was relativ, naja, gerade hier in Yolgumag hilfreich sein dürfte. Ein zweites, das ADNO der Markanum auslöst auf den Sichtbereich. Das ist ein wenig komplexer geworden. Und eines, das drei Ladungen des Accelerators trägt. Ja, während ihr dann durch die schwarzen Straßen von Yolgumag zieht, erschreckt ihr euch auch vielleicht ein bisschen, wenn ihr dann in euch geht, wie normal mittlerweile die ganzen Dämonen um euch herum geworden sind. Denn, naja, ihr schaudert vielleicht nochmal ein bisschen beim Anblick, aber, naja, mittlerweile seid ihr schon ein paar Tage hier und dass es dann doch so normal geworden ist, verwundert euch. Bis ihr dann an der Arena ankommt. Wir haben frühen Morgen, ihr habt dann natürlich auch gegessen. Und als nächstes auf dem Termin steht der nächste Kampf gegen einen Chorgeweiden. Das ist derjenige, der am gestrigen Tage Alrigio in die Niederhöhlen geprügelt hat. Ich gehe dann auch sehr entspannt in die Arena rein. Klafen auch noch mal meinen Kameradnern auf die Schulter. Meine Herren, es wird hoffentlich relativ schnell vorbei sein. Ich glaube, ich dürfte es beim Zuschauen wohl Spaß machen, echt wahr, Riccio? Ja, gebt ihm einen Schlag mit von mir. Was werde ich? Der Staub trete darüber, wenn er schon im Ring steht, ansonsten suche ich in mir. Ja, steht noch dran, ein bisschen Zeit habt ihr noch. Überstattet man so ein bisschen Ausschau halten nach Geräumen und ob die so vielleicht ja dann im Auge behalten, beziehungsweise Jero dienen. Ja, na klar, du wirst am Rande, gerade dann eben auch die Schreibergräume werden da das ein oder andere Mal fies zu ihm herüberblicken. Und ja, siehst du auch, wie der ein oder andere dann neben sich sowas wie Wurfmesser hat oder Armbrüste. Die scheinen sich vorbereitet zu haben auf Jero dienen. Dann würden wir zu Jero dienen rüberschlendern. Ich würde aufpassen, die Rollen sehen aus, als wenn sie überall schon irgendwelche Sachen bereitgelegt hätten, um sie gegen euch zu richten. Also mindestens mal Armbrüste und so. Ich sollte denen eine Lektion erteilen. Jetzt gerade nicht die Zeit, ich muss erstmal diesen Kampf hier bestreiten. Ich wollte nur sagen, dass ihr ein Schild auch so auskriegt, dass ihr vielleicht feindliche Bolzen blockieren müsst. Mhm. Also von außerhalb, ne? Die dort, ne? Pass auf dich auf. Na klar, vielen Dank. Suche ich mir meinen Gegner? Steht da am Rand, hast du gesagt? Mhm, steht am Rande. Oh, Staubträte erwart ihr, hm? Na ja, komm mit dir. Ritio bestellt, Grüße, bringen wir das hinter uns. Achso, ja, der war gestern. Tut mir leid. Dann geht man zu einem der Gräumen, frag mal nach, wie denn die Quoten aussehen bei den beiden, wenn man auf den Chorgeweihten betten würde oder auf Yalan, wie es da so aussieht. 50-50 aktuell. Ja, wie, also, was gewinnt man, wenn man irgendwie gewinnt, 10% aus? 50-50. Also, äh, die, die, du wirst dann, das, was du einsetzt, äh, 50% kriegen. Okay. Na komm, dann setzt man 10 Dukaten auf Yalan. Gut, das heißt, 15 in Return, wenn du gewinnst. Genau. Alternativ ist alles weg. Genau, alternativ ist alles weg. Man hofft natürlich, dass die Grollen jetzt hier vielleicht was tun. Ja, und, äh, während du dich dann, äh, vielleicht mit einem unguten Gefühl in Richtung des Chorgeweihten begibst, äh, immer da seine Wetten macht, ich weiß nicht, was Starker tut, der kann das gleich auch gerne nochmal sagen, ähm, kommt ein Mann auf Ritio zu, während du da stehst, nochmal zu Yalan rüberblickst. Also, du kannst erkennen, Asmodeus von Andergast, der Magier, der dich auch gestern schon, ähm, gestreift hat. Ah, euer Spektualität. Nun, ich habe eine Aufgabe für dich, Tionin. Ich hatte es befürchtet. Komm doch mit. Die Kämpfe hier sind nicht von Relevanz für uns. Begleite mich in den Palast. Schau mich nochmal um, geb Ömer ein Zeichen mit der Hand. Was gibt's denn für ein Zeichen? Alles gut. Abwarten. Dann reagiert er nicht darauf, schaut er kurz in die Augen, zeigt, dass er es mitgekommen hat und, äh, ja, wird dann zwar dich noch ein bisschen im Auge behalten, aber, äh, ja, sich nicht rühren. Und würde halt, äh, Asmodeus folgen. Mhm. Ja, aus der Arena heraus könnt ihr dann zu einer Hochstraße gehen mit einer vergoldeten Brüstung, äh, daneben getragen von Statuen, ähm, die schwarze Masse, Galottas Palast. Eine irrwitzige Ansammlung und eine Auftürmung von Schieferplatten, die da, äh, schuppenhaft rausragen, ähm, die Wolken spiegeln den Palast. Und, äh, ja, kannst dann auch erkennen, wie das Ganze dann von monströsen Ecktürmen eingerahmt wird. Ein paar Drachenreliefs und krude Geschützballisten geschmückt von einer grotesken, ähm, in die, die Länge gezogene Erker und Türmchen, Rippenfassaden, die da, äh, herausragen, ähm, überall Höllenglut. Gut, es ist unglaublich heiß. Neben dir kannst du auch noch ein, äh, ein Rache-Tempel erkennen, der von, ähm, ja, Blaccarats, die Halle der Rache, ähm, die daneben auch mal aufragt. Zehntausende Totenmasken, die, äh, Opferl, die hier im Laufe der Zeit gefallen sind, dann, äh, ja. Das Insanktum des feurigen Vaters. Könnt ihr dann, äh, in den Palast gehen und erreicht dann, ich muss gerade mal schauen, das Tor. Über dir kannst du ein bisschen glänzendes Gold erkennen, vielleicht auch sowas wie Silber oder andere Metalle, die dir erst einmal nichts sagen, äh, zierender Strebewerk. Einfach krächzende Vögel, wobei du nicht davon ausgehst, dass das normale Tiere sind, die dann immer mal wieder über den Palastien überfliegen und dann, äh, ohne ersichtlichen Grund auch gegen die Spitzen und Dornen sich stürzen, äh, aufgespießt. Äh, dann darunter bluten, äh, einige Gargülen, die dort oben, ähm, ja, über die Zinnen springen und dich beobachten. Ich probier mal, äh, unauffällig die Außenfassade des Palastes nach Öffnung zu untersuchen und zu beobachten, äh, die nicht von Gargülen oder Ähnlichem verziert sind, ob man da auch eine Schwachstelle findet. Du kannst erkennen, wie da wohl sowas ähnliches wie ein Aquädukt, äh, auf der einen Seite, äh, über den Üsli-See hinüber, ähm, in der, naja, in der Entfernung verschwindet. Was auch immer da, äh, in die Stadt geleitet wird, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man, ähm, über so ein Aquädukt dann in den Palast gelangen könnte, über die Schieferplatten. Und ansonsten wäre das wohl kaum möglich. Wie auch ist denn dieses Aquädukt? Ähm, das ist dann, äh, so wie es da beginnt. Ähm, der Schwarze Palast ist natürlich angehoben über so einen großen Berg. Auch, äh, Öselien lag früher auf einem Berg. Ähm, bist dir auch ganz sicher, dass es hier einige, naja, Höhlen nach unten gibt. Und vielleicht könnte man dann auch über die Höhlen in den Keller des Palastes kommen, wenn man da irgendwie, ähm, naja, über das richtige Gebäude dann in die Keller kommt. Das heißt, über angrenzende Gebäude, äh, in den, in die Höhlen von, ja, dem alten Özilia, was darunter begraben sein soll, könnte man vielleicht nochmal in den Palast versuchen zu kommen. Oder das Aquädukt auf sowas wie zehn Meter Höhe. Im dritten Stock da. Und das Aquädukt selber ist, äh, normal begehbar für einen geübten Kletterer, gehe ich mal von aus. Da kann man, da kann man sicherlich irgendwie hochkommen. Ob dir das gelingt, weißt du nicht genau, aber... Ich sagte, geübter Kletterer. Genau. Also Ömer oder Ragnar könnten da sicherlich hoch. Mhm, gut. Warte ich jetzt mal Hinterkopf und, äh, ja, folge Asmodeus. Weiterhin beobachtend, äh, die Umgebung im Auge behalten, folge ich ihm. Mhm. Ihr könnt dann durch das Jero-Dienst-Tor, äh, das sich von alleine öffnet, ähm, in Richtung, äh, ja, des Inneren gelangen. Ähm, am Spiegelkarbonett vorbei, an einer großen Tafel, endlos lange Tische, ähm, der ganze Palast sieht ziemlich verlassen aus. Ähm, kannst mal so eine vereinzelte Wache, äh, erkennen, also, ähm, die hier dann als Palastgarde dient und dann auch, äh, durch die Gänge streift. Ähm, bis ihr dann zu einer Galerie kommt, wo dann, äh, äh, letztendlich ihr die Gemächer vom Hofmagier gelangt, Asmodeus von Andergast. Dazu später mehr. Unterdessen in der Arena. Also gut. Wie wird dieser Kampf ausgehen? Wir haben ihn, äh, schon einmal gewürfelt. Äh, beschreibt doch einfach mal, was passiert. Ähm, ja, wir haben uns hier einfach Zeit gespart und das vorher schon mal ausgewürfelt. Mhm. Ja, Jalan und Staubdreter geben sich, äh, von Anfang an nicht viel. Beide gehen mit vollem Körpereinsatz in den Kampf rein. Ähm, es wird die erste Hälfte über relativ ineffektiv, einige, einige Schlagabtäusche geführt. Äh, ja, dann schmeißt in der ersten Runde bereits seinen Schild weg, äh, was Ömer vermutlich dann zum Kopfschütteln bewegen wird. Aber er braucht beide Hände für sein langes Schwert. Und, ähm, ja, so, sie belauern sich nicht wirklich die Kampfrunden, die ersten 5-6-Kampfrunden lang, aber sie, sie machen nicht wirklich, äh, Schaden am anderen oder können keinen guten Treffer anbringen, bis Jalan dann irgendwann die Überhand gewinnt gegen Ende hin. Man weiß nicht, ob der Chorgeweide vielleicht einfach müde geworden ist, ob sich beide jetzt hinreichend auf eine Nahe eingestimmt haben und man endlich sieht, wer da besser ist oder was einfach nur puches Glück war. Aber nach einigen, ja, nach einigen gezielten Treffern durch die, durch die Rüstung des Chorgeweiden entschließt dieser sich dann dazu, den Kampf abzubrechen, bevor er hier noch tot umfällt. Denn er sieht aus drei verschiedenen Stellen durch die Rüstung blutend schon so aus, als würde er hier gleich tot umfallen. Ja, zumindest ziemlich ungewöhnlich, dass ein Chorgeweider hier dann den Rückzug wählt, aber, ähm, er selber wird dann einsehen, dass er keine Chance gegen den stärkeren Jalan hat. Und so wird Staubtreter in den Staub getreten. Wache für Arigio. Hm. Kommt dann, Jalan kommt dann aus dem Ring zurück, äh, blickt sich auch erst mal um. Hat ihr mal Arigio gesehen? Ja, blickt sich um, äh, Arigio, keine Spur. Irgendwo ein Starke stehen da und, ähm, auch die beiden Zwerge sind wohl nicht da. Arigio ist, äh, ist weggegangen. Weggegangen. Ja, mit dem, mit dem, mit dem dicken Magier, Mann. Welchem dicken, ach, der, mit dem er gestern gesprochen hat, wie hieß er, Asmo? Nö. Ja. Nun werden die wohl wichtige Geschäfte zu besprechen haben. Hm. Keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir drei eben erst einmal in Siegfeuer, nicht wahr? Ja, großer Sieg, großer Sieg, äh, Herr von Ungelschein. In einer halben Stunde beginnt das Messerwerfen. Ein paar Stunden schon, na gut, besorgen wir uns auf dem Weg irgendwas trinkbares, ehh, halbwegs trinkbares und dann, ja, weiter. Also auf jeden Fall heute Abend noch mit Arigio reden. Also ich werde noch bei Messerwerfen teilnehmen, dann heute Abend im schwarzen Rot wieder essen und trinken. Nimm da ganz gute Sachen. Und ich muss nach, irgendwann hat er Nachmittag noch zu, einen Kampf zu zwei Händen antreten, aber... Also in deinem Grundschirm, dass Teilnehmerfeld doch nicht ganz so hochkarätig zu sein wie hier. Jetzt spannen die sich ja die guten Gegner auf. Vielleicht bist du ja die nächsten Runde gegen den Grün Ritter kämpfen. Ich hoffe doch sehr. Ich will sehen, was der kann. Aber so wie ich das sehe, werde ich im Zweihandkampf gegen den Antreten, also im, verzeiht, im Einhandkampf gegen den Antreten. Ja. Äh, wie war das eigentlich? Warum habt ihr denn euren eineinhalb Händler eine ganze Zeit lang einhändig geführt mit dem Schild zusammen am Anfang des Kampfes? Nun, es ist schließlich das Schwert und Schild. Und er hatte seinen Spieß und seinen Schild und ich hielt es für etwas, für etwas zu dreist, direkt ohne anzutreten. Ich war voll ens der Überzeugung, er würde seinen auch fortwerfen, aber... Ja, scheint sich... schien sich wohl darauf verlassen zu wollen. Ja. Ist es nicht schwer, das große Schwert, was hier normalerweise die meisten... Also was hier fast immer, äh, beim starken Hieben mit zwei Händen fährt, dann einhändig zu führen? Deswegen habe ich den Schild dann ja auch fortgeworfen. Direkt am Anfang. Ja, okay, ich verstehe. Aber die längere Reichweite ist meistens zu bevorzugen. Nun gut, ähm, wo geht es lang? Hier hinten raus, glaube ich. Äh, wohin wollt ihr? Zum Messer werfen. Ja, ja, genau. Auf, zum Messer werfen. Und der Starkhand? Hm? Zum Messer werfen. Ja, los geht's. Die Regeln für den, ähm, fürs Messer werfen sehen ein bisschen anders aus. Die Zielscheiben werden auf sieben Schritt Entfernung gestellt und, ähm, man muss dann mit zunehmenden Messern einen Schritt Entfernung gehen. Das heißt, dass man erst auf sieben Schritt anfängt, dann auf acht, auf neun und so weiter. Ähm, und alle werfen auf eine Zielscheibe. Äh, das heißt, man stellt sich nebeneinander oder irgendwie so, dass das, dass das sinnig ist, dass man da noch schmeißen kann. Und, äh, naja, wenn man sich eben Zeit lässt, kann man das tun. Aber es könnte eben sein, dass, dass dann Dinge passieren. Aber ganz generell, es gibt nur noch eine Scheibe. Äh, man wirft auf sieben Schritt und geht dann einen Schritt zurück und dann wird das nächste Messer geworfen. Das heißt, wer sich viel Zeit lässt, äh, wird dann irgendwann Leute hinter sich haben, die dann mit Messern an einem vorbeischmeißen. Mhm. Ähm, hier ist viel einfaches Volk eingetreten. Die ganzen torbrischen Ritter, ähm, werden dabei nicht mitmachen. Yalan ist hier also der Einzige, der sich hier zum Gespott der anderen, äh, Mitritter macht. Und ein paar Knappen, die ihr erkennen könnt, äh, und viel einfaches Volk. Nebenbei könnt ihr erkennen, wie es wohl sowas wie eine Lotterie gibt. Äh, Lose, die hier gezogen werden für, äh, ja, vor allem das einfache Volk. Und nach und nach werden dann Almosen verteilt, äh, sowas wie Ziegen, Rinder, Hühner, Schuhe oder auch Geld. Ähm, die dann hier nach und nach, äh, ihren Besitzer finden. Leute, die dann, äh, von der Tribüne herunterkommen. Einfaches Sklaven, abgekämpftes Volk, das dann hier eben Brot und Spiele bekommt. Ist es so, dass es wieder ganz gleich ist? Also Entfernungsmodifikator plus Größenmodifikator winzig? So, schauen wir mal nach. Weil die Entfernungsmodifikator ist plus 8 und, äh, wenn es wieder winzig ist, dann plus 16 ist der Startwert. Und das geht dann später rauf, äh, auf plus 20 nach dem zweiten Messer. Also hier steht drin, für den ersten und den zweiten Wurf, sieben und acht Schritt, eine Probe plus 4 steht hier zumindest drin. Das ist gelogen. Das ist gelogen, dann, äh... Das Wege des Schwertes sagt, 8 Meter sind alleine schon, ohne die Größe der Zielscheibe zu beachten, äh, plus 8. Ja, dann, äh, kannst du was... Dann 7 Meter ist plus 8, 8 Meter ist plus 8, 9 Meter ist plus 12. Ja, dann machen wir das so. Wie gesagt, ich hab hier einfach nur in, äh, in der Zuflucht reingeschaut und da steht das so drin, aber... Dann ist das halt Blödsinn. Also das wäre richtig, wenn man die, wenn, wenn das jetzt hier, wenn die Zielgröße nicht stimmt und das Ziel als unbeweglich gilt, dann sind es wirklich nochmal vier Punkte Erleichterung. Sind die ersten beiden plus 4 und danach dann die letzten mit plus 8. Nehmen wir an, hier geht's wirklich nur darum, die Scheibe zu treffen und nicht irgendeinen bestimmten Ring. Doch, klar. Hm, dann, dann hat Johnny aber recht und es macht keinen Sinn mehr. Dann sind es 16, äh, Erschwernisse, vier Punkte durch unbewegliches Ziel, Erleichterung, sind wir also bei, bei den, die ersten zwei Wurfmesser, gehen dann auf, äh, plus 12. Und danach die nächsten, äh, nach dem zweiten gehen dann auf plus 16. Achso, warte mal, sobald eine Probe misslingt, scheidet derjenige Werfer aus. Und, das geht so lange, bis nur noch fünf Bewerber im Spiel sind und die schmeißen dann auf andere Sachen. Ja, das heißt, da werden jetzt sozusagen eine ganz Menge Leute antreten und die werden schon direkt mit dem ersten Messerwurf rausfallen, weil plus 12 ist schwer, das könnte auch uns genauso schnell passieren. Ja, genau. Schauen wir mal nach. Ich kenne ja meinen Kenntnisstand. Laufen hier irgendwelche Geräume in der Nähe der Scheiben rum? Ja, klar. Gut, dann möchte ich das jetzt nicht mal auf den Geräumen werfen.